Wenn sich die Worte nicht reimen wollen, muss man gehen in die Vollen. Satzbau ist dann nicht mehr wichtig, Hauptsache es reimt sich richtig. Wenn auch die Worte dann nicht mehr reichen, um einen gelungenen Reim zu erreichen, muss man eben Kompromisse eingehen und einige Worte halt falsch schreibieren. Kreuzreime klingen sehr schön, wenn man sie denn hinbekommt. Nur leider kann ich nur noch schön, denn die letzte Zeile reimt sich nicht. Was ist denn eigentlich ein Gedicht, wenn es sich nicht reint? Ich glaube, ich bin nicht ganz dicht, wie es mir so scheint. Unnichtereime sind leicht und bequem, keine Worte mit gleichem Ende nähen und wenn nötig, einfach kürzen, einfach mal die Regeln stürzen. An Aliterationen arbeiten alle am allermeisten, denn einen Bruch im System kann man sich da nicht leisten. Die letzte Zeile machte nicht mehr Sinn. Doch da ich einflatsreich bin, zeige ich einfach, es war ein Sinnbild, dann bleibt nämlich die Kritik mit.